Ja, und so ist Abraham losgezogen. Losgezogen? Wohin denn? Naja, in das Land, das Gott ihm zeigen wollte. Oh, und ich hieß Hörders? Das war das Land Kanan. Und dann durfte er da wohnen? Naja, so richtig wohnen durfte er nicht. Wie? Gott hat ihm doch gesagt, das Land soll dir gehören. Naja, Gott sagte ihm, das Land soll seinen Nachkommen gehören. Und er würde Abraham segnen. Und zwar durch Abraham würde er die ganze Welt segnen. Ah, das heißt, er hatte zwar das Land gefunden, aber noch kein Zuhause. Genau, er hatte zwar das Land gefunden, aber noch kein Zuhause. Er durfte da nicht kein eigenes Haus bauen, er hatte kein Grundstück. Er lebte in seinem Zelt. Oh, Zelten ist schön. Naja, ja, Zelten ist schön. Aber das ganze Jahr über? Wie, das ganze Jahr? Naja, er hat im Zelt gelebt. Oh nein. Oh ja. Wie, im Sommer? Mhm. Und im Winter? Ja. Mhm. Das muss jetzt auch kalt sein. Na, ich weiß nicht, er hat sich bestimmt ein Feuer gemacht vor dem Zelt oder im Zelt ein kleines... Im Zelt ein Feuer? Oh nein, dann hat man doch das ganze Zelt. Ich glaube, die waren schon sehr vorsichtig mit dem, was sie gemacht haben. Okay. Und dann? Ja, dann sind sie weitergezogen. Von hier nach da. Ja, und hier nach da. Er hat doch gesagt, der hatte noch kein Grundstück, noch kein Haus und konnte nichts machen. Oh. Und wo sind sie dann hingezogen? Und irgendwann kamen sie nach Ägypten. Und als sie nach Ägypten kamen, dann war das gerade eine ganz besonders schlechte Zeit. Wie? Naja, in dem Land, wo er in Kanaan, wo er wohnte, da war gerade eine große Hungersnot. Oh. Genau. Und deswegen ist er da weggezogen und wollte mal in ein anderes Land, wo die Leute nicht so hungern, wo es was zu essen gibt. Ja, das hätte ich auch gemacht. Das hätten wir alle, glaube ich, gemacht. Hm. Und dann? Hm. Dann kam er in Ägypten an und hat da erstmal gelebt. Und dann hat er aber seiner Frau Sarai was gesagt. Wie? Was hat er ihr gesagt? Naja, er hat gesagt, du, wenn die Ägypter kommen, ja, dann sag, dass du meine Schwester bist. Hä? Aber Sarai war doch seine Frau. Ja. Wieso hat er das denn gesagt? Naja, die Ägypter hatten so ganz komische Regeln. Welche komischen Regeln denn? Der kann doch nicht sagen, dass seine Frau seine Schwester ist. Na ja, kann er schon. Wie? Naja, ich erkläre es dir mal. In Ägypten war das so. Wenn ein Mann eine schöne Frau gesehen hat, dann konnte er sie ja heiraten. Ja. Aber das Problem war, wenn diese Frau schon verheiratet war. Hm. Dann geht das ja nicht. Dann hat sie ja schon einen Mann. Genau. Dann hat sie schon einen Mann. Aber die Ägypter waren schlau. Was haben sie denn gemacht? Na, die haben sich gesagt, ja, solange der Mann von der Frau noch lebt, solange kann diese Frau nicht mir gehören. Also, was muss ich machen? Ha. Den anderen Mann wegschicken. Hm. Nicht wegschicken. Die haben dann gerne mal die anderen Ehemänner erschlagen. Wie erschlagen? Naja, getötet. Oh, das ist nicht gut. Nee, das ist gar nicht gut. Hat der Aderhand deshalb Angst davor von den Güttern? Ja. Deswegen dachte er sich, wenn ich jetzt sage, dass Sarai meine Frau ist, dann werden die mich töten. Mhm. Davor hatte er Angst gehabt. Und was ist denn passiert? Naja, sie haben da gelebt. Es ging ihnen gut. Oh, das ist ja wenigstens etwas Gutes. Mhm. Es war so gut, dass Gott sie gesegnet hat, dass sie immer mehr, dass sie gut reich wurden. Ja. Und dann? Dann hatte der Fahre aber ein Problem. Wieso denn das? Naja, der Fahre hat auch die Frau gesehen und dachte, hm. Die Frau sieht gut aus. Sah sie so gut aus? Obwohl sie so alt war? Ja, da muss Aderhand wirklich Glück gehabt haben. Der war ja 75 und seine Frau war bestimmt auch so ungefähr so alt wie er. Aha. Aber sie ist auch um die 70. Bestimmt so um die 70, ja. Und obwohl sie so alt war, sah sie noch so schön aus, dass der König sie zu sich geholt hat. Mhm. Obwohl sie so alt war, sah sie noch so gut aus, dass der König sie zu sich geholt hat. Und dann hat der König aber ein Problem gehabt. Wieso denn das? Er hat doch die schöne Sarai. Gott hat doch gesehen, dass er die Sarai geholt hat. Oh. Was hat Gott dann gemacht? Na, dann hat Gott ganz viele Plagen geschickt. Wie Plagen? Na, ich weiß nicht. Vielleicht Frösche, vielleicht irgendwas anderes. Auf jeden Fall ging es den Ägyptern nicht mehr so gut, seitdem Sarai in das Königshaus war. Oh. Mhm. Und dann hat der König irgendwann zu Abraham gerufen. Abraham gerufen und gesagt, ne. Abraham, irgendwas stimmt hier nicht. Aha. Was hat Abraham dann gesagt? Dann hat Abraham gesagt, ja. Das ist gar nicht meine Schwester. Oh. Hat das endlich zugegeben? Mhm. Hat er gesagt, das ist meine Frau. Ja. Das wurde auch Zeit. Mhm. Das wurde auch Zeit. Und als er gesagt hat, dass Sarai seine Frau ist und er wieder, und der König die Sarai zu Abraham zurückgeschickt hat, ab dem Zeitpunkt ging es dem König wieder gut. Oh. Dann waren die Plagen weg. Dann waren die Plagen weg. Oh. Dann hat der König ja genau das Richtige gemacht. Mhm. Hatte er die Frau eigentlich schon geheiratet? Nee. Geheiratet hat er sie noch nicht. Da hat der König noch mal Glück gehabt. Ich glaube, hätte der König die Sarai geheiratet, dann wären die Plagen nochmal ganz schlimm geworden. Oh. Mhm. Ja. Vielleicht tausend. So viele. Mhm. Schafe. Mhm. Ziehen. Mhm. Mhm. Dann mussten ja ganz viele Leute ran, um da aufzufassen. Muss man. Wie haben sie das denn gemacht? Ja, die hatten ihre Probleme. Wie Probleme? Naja, die hatten zwei riesige Herden. Und ja. Und dann? Denn sie hatten immer Probleme. Welche Herde darf zuerst an den Brunnen? Welche Herde darf zuerst hier auf dieser Wiese? Welche Herde darf zuerst auf der anderen Wiese essen? Oh. Und so haben sich die Hirten auch immer gestritten. Oh. Haben die sich richtig geriegelt? Ich glaube, ja. Und nein. Mhm. Und dann hat Abraham irgendwann gesagt, du Lot, komm mal her. Mhm. Und dann haben sie geredet. Mhm. Dann haben sie geredet. Über was denn? Dann hat Abraham gesagt, so kann es nicht weitergehen, Lot. Ja, richtig so. Soll er dem Lot mal genau sagen, was Sache ist? Mhm. Ja, so genau lief das dann nicht. Wie? Nicht. Er hat Lot gesagt, Lot, unsere Herden sind zu groß. Wir dürfen nicht mehr zusammenreisen. Wie? Sind sie denn allein unterwegs gewesen? Ja, fast. Was hat er denn gesagt? Dann hat Abraham gesagt, Lot, guck dich mal um. Wir stehen hier auf dieser Ebene. Guck dich um. In die Richtung, in die du ziehst, in die Richtung werde ich nicht ziehen, sondern ich werde genau in die andere Richtung ziehen. Ah, wie? Der Arter hätte doch sagen können, ich mache jetzt das und du machst was anderes. Hätte er sagen können. Wieso macht er das nicht? Weiß ich nicht. Aber er hat dem Lot die Wahl gegeben. Hm. Hm, der war ja richtig nett. Der war richtig nett. Und der Lot, der guckt sich um in diesem Land und hm, 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 in der Richtung. In der Richtung. Da sieht es auch gut aus. Grüne Wiesen, Wasser. Und da gibt es sogar eine Stadt, mit der er handeln kann. Mehrere Städte. Sodom und Gomorra. Hm. Oh, das war doch eine gute Entscheidung. Hm. Später hat sich gezeigt, das war keine gute Entscheidung. Oh. Ja, aber das ist eine Geschichte für später. Und dann haben sie sich getrennt. Genau. Dann ist Lot in die eine Richtung gezogen und Abraham in die andere Richtung. Und dann? Und was dann passiert, erzählen wir beim nächsten Mal. Wie beim nächsten Mal? Ich will das jetzt schon hören. Nee, du musst warten. Weil beim nächsten Mal sagt Gott dem Abraham was ganz Wichtiges. Wie ganz Wichtiges. Ich will das jetzt hören. Später. Nein. Mhm.